Hey Leute, willkommen zu deinem Video. Nicht wundern, das Videomaterial ist von vor zwei Wochen, da ich leider nicht mehr Zeit gehabt hatte, irgendwas Neues aufzunehmen, aber ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich jetzt auf jeden Fall noch eure Wünsche spielen werde und ich würde sagen, wir reden nicht so viel, let's go! Mein teammate ist zu schlecht, um weiterzukommen. Das war der Name von der Folge. Ah, wieder diese Map. Hey, guck mal, das ist wieder eine andere Map. Guck mal, da sind noch jetzt so Bounce, äh, so komische Kugeln da in der Mitte. Da sind noch Bälle, die rumschwingen. Och nee, das wird ja immer schwerer, ach komm. Aber ich feiere das gerade richtig. Also ich bin durchgekommen oder sowas. Ich bin sogar runtergefallen bei hinten. Ey, das sind neue Map, ne, weil da sind Kugeln jetzt bei den Drehdingern. Und wenn die dich wegpuffen, dann... Die geht nicht dann weg, weißt du das? Aber ich fall so oft um, ne? Ich bin auch wirklich wie ein Stück Papier. Oh mein Gott, das wird so der geile Run grad bei mir. Oh nein, so mit der letzten Kante hat mich diese Kugel halt noch erwischt. Ah ja, hat der grad geleckt. Ah, jetzt dreht sie erst in die andere Richtung. Oh nein. Ich bin zu jung. Okay, ne, ja, okay, die sind, ja, die sind kein großes Problem, die Kugeln. Die sind kein großes Problem. Ah, ich bin runtergeflogen, natürlich. Aber ist noch alles easy. Ja, toll. Kann ich jemanden aus dem Leben grabben? Ja. Ja. Ah, ich hab den einen aus dem Leben gecrappt. Alter, hier schon wieder. Ey, diese Bälle... Ja. Ah, okay, bin durch gleich. Ich auch, ich bin direkt hinter dir. Nein! Ach Gott! Okay, Max schafft's auch noch. Er schafft's vielleicht auch noch. Komm! Ich komm durch, ich sollte wegkommen. Ja, 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 okay, du kommst durch. Außer du fällst jetzt noch mal komplett nach hinten. Okay, nee, nice. Alter. Sicher. Ah, diesmal ist gar keiner, doch einer ist gequitt, ne? Einer, ja, okay. Einer ist gequitt. Gequittet. Einer ist gequittet. Ach, komm. Ich will die erstmal mit diesen Kanonen. Oh, das kommt halt wirklich erst, dass das irgendwie so ein Secret ist. Ach, nee, ich hasse diese Wippen. Ja, das ist ein Secret. Ich komm zwar durch, aber es ist Ablock. Secret, okay. Okay. Jede Menge TNT, Quarz und TNT in irgendeinen Kack reinsteckt. Was ist das TNT? Ich hab den... Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt. Du das ins Video! Du das ins Video! Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt. Was? Was ist denn, Marcel? Ja, moin. Ich war kurz vor dem Checkpoint, da hab ich verkackt. Gesehen, ne? Nein, eigentlich nicht. Ich hab einfach den Checkpoint da nicht gekriegt. Lust. Der ist runtergefallen. Er ist an der Seite abgedacht. Marcel, genau so bin ich eben gestorben, als ich verkackt hab. Also... Alter, jetzt geht er mal runter, ihr Idiot. Ich bin aber gerade... Nein! 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 Ich bin close hinter dir. Ich bin auch immer gelb, Max. Zu deinem Trost. Ja, gelb ist besser. Gelb ist besser. Ja, auch grad gemerkt. Weil bei blau ist... Keine Ahnung, da ist das voll oft... Oh nein, ihr seid zu dumm. Okay, nee. Oh Gott, war das close gerade? Nein! Oh, ich seid zu stupid. Nein, Marcel! Ich hab entweder ich oder keiner. Es ist so lost, Mann. Boah, Digga, ich wär grad fast runtergeflogen. Es ist so lost! Wir kommen nicht durch, oder? Wenn es so weitergeht. Also, ich bin durch. Ja. Aber wir können grad nicht durchkommen, weil die Kackpippe... Also, ich bin durch. Okay, ich komm auch durch. Die... Komm, das schafft ihr easy, wenn ihr jetzt nicht reinjockt. Luca? Ja, Mann. Okay, mach selbst durch. Easy. Ich hatte... Ich hatte auch abgeschweift, so. Ah, Luca. Komm, gönn dir meinen Schwanz. Ich bin hinter dir. Gönn dir meinen Schwanz. Komm, ich bin der Ernmann. Komm. Gönn dir nice. Okay, ich hab gegönnt von jemand. Auch richtig ehrenlos. Hab auch einen. Ja, das war schon richtig komisch. Ich war... Ah, das ist nur buggy. Das sieht bei dir nur so weit aus, obwohl er bei dir halt direkt an deiner Nase lutscht. Ja, ich hab... Ja, nein! Du dummer. Mir wurde... Ich... Nein, ich... Mir wurde in letzter Sekunde geklaut jetzt noch mal. Ich hab einen geklaut, aber da wurde wir zurückgeklaut. Nein! Marcel, wegen dir! Warum wegen Mühe? Du bist übelst auf mich draufgefallen. Dadurch bin ich umgefallen und du konntest nicht wegrennen. Bin ich wieder der Einzigste? Du musst jetzt schon weiter vorne sein. Dann bist du raus. Noch einmal richtig... Geil! Komm! Einmal richtig... Halt mich doch nicht fest, du kleiner... Okay, easy. Okay, Finale. Finale wieder. Komm, gib mir jetzt ein geiles Finale. Sonst würdest du ja so null Sinn machen. Sprungprobe. Es kommt einfach wieder Sprungprobe dran. Und es sind wieder so wenig Leute. Ich feier das grad wieder. Bist du schon raus? Nein! Das war das gerade, Marcel. Ja, ich hab mich gesaved. Weil guck, da drüben geht die Plattform weg. Ich blockier die. Ich blockier die. Scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich. Ja, guck, der eine ist raus, der eine ist raus. Komm. Aha, jetzt versuch's noch nicht mal. Okay. Ich geh safe. Ich geh so safe. Hier geh ich einmal rüber. Na ja, ist sehr gut. Ja, das ist normal bei Stream. Okay, noch drei. Ja, okay, jetzt geht eine weg. Und die letzten zwei bleiben dann. Okay, die, ja. Nice. Nice, nice. Wir sind wieder zwei große Plattformen. Das kann bedeuten, dass wir dann alle gleichzeitig rausfliegen. Oder fast alle gleichzeitig. Bis jetzt ist nur easy. Aber jetzt krieg ich... Deine crabt mich doch! Hahaha, Marcel. Nein. Scheiße. Er ist auch rausgeflogen. So ein Karma. Warum crappt der mich? Ah, das hat mal... Lang nicht mehr. Das ist mein Lieblings-Game mit. Bitte ist es irgendwas anders. Oder wenn dann irgendwas einfaches. Ja, es ist was anders. Es ist ein bisschen anders aufgestellt. Und am Ende. Doch, safe was anderes. Nein, es ist gleich. Doch, da ist was anders. Also, das Ende ist gleich. Aber guck mal, da hinten, oder? Sieh das... Ne. Ist ja alles gleich bis jetzt. Ah, die Dinger drehen sich schneller, oder? Oh nein, ich bin geflogen. Oder man kann die Taktikwender nicht mehr machen mit diesen... Oh, du verdammt. Sagt der ja und schießt scheiß rein, du. Komm, Kip. Ja, 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 ja. Das dreht sich andersrum. Ja! So ein Kack. Ich dachte, ich war gut dabei. Und dabei bin ich absolut scheiße dabei. Ja, ich bin dritter. Okay. Ey, warum gehst du immer in der Mitte durch, Mann? Ja, ja. Ich brauche nicht. Okay, nice, sag. Das Ding dreht sich in die andere Richtung. Ist mir gerade jetzt erst aufquallen. Ich glaube, da müssen wir genau das gleich bei der anderen Richtung machen. Nein, es geht nicht mehr. Ich glaube, es haben die rausgepatcht. Das haben die gefällt. Ich weiß, es geht. Ja, andere Seite nennen. Natürlich, Hechten. Wahrscheinlich. Oder Hechten. Ja, das könnte noch gehen. Oh Gott, aber was sagt. Oh! Ich bin kurz. Ich blockiere ein paar Leute. Stimmt, wir hatten bis jetzt noch gar keine Team-Games. Also nur... Ja, nur das mit den Ballen bis jetzt. Ja, ich spawn auch immer bei Bergspitze ganz vorne. Ich war bis jetzt schon nie ganz hinten. Okay, ich bin nicht durch. Jetzt bin ich durch. Oh, ich hab grad schon gedacht. Okay, nice. Round finished. Oh, Luca hat's geschafft. Ich wär dritter, Max. Aua. Digga, das war Lack, ja. Lack. Ja, let's go. Digga, ich bin da noch nie durchgekommen jetzt. Nein. Komm, das musst du irgendwann mal schaffen. Jetzt. Ich muss safe machen. Ich hab ja auch gesprochen, weil ich so Panik hatte einfach. Ja, lauf safe. Mit Controller, was ich überhaupt gar nicht kann, hab ich's geschafft. Heck. Aber auch als allerletzter. Ich bin ganz hinten. Ich bin auch nicht grad weiter vorne. Ich bin vorletzer. Ich hab versucht direkt durchzulaufen. Ja, ich glaub, ich benutze die auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Also, ich nehm die... Alles klar. Ja, moin. Ich nehm nix Applikation. Nix Applikation. Ich hab auch keine, also keine richtige genommen. Ja! Ja, Alter, ich... Was sag... Hä? Was? Stämme? Loll! Los. Ja, denk mir auch grad nur so. Nein. Ihr seid dumme Wurmstaben. Nein. Boah, ich hab's grad zu getan. Ich seh gar nichts. Meine Kamera ist komplett lost. Okay, ich bin durch. Ich bin durch! Oh mein Gott, mach safe! Oh mein Gott, mach safe! Oh mein... Du schaffst das, das, ey! Du schaffst das! Aber die sind unter diesen... Zum Teil so schnell geworden. Oh mein Gott, bitte. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Du schaffst das! Du schaffst das! Was, ey! Du schaffst das! Alter, was, ey! Was, ey! Ja! 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 Wie hab ich das geschafft? Alter! Alter! Ja, gut, ne? Easy Runde! Easy Game! Alter, 13 ist... Ja! Ja! Ja, doch richtig, richtig! Ja, wir beide! Wir waren in der ersten Zeit, Marcel! Wichtig, Alter! Aber doch mit der Hammer, das gibt's schon. Das hab ich bei jemandem schon gesehen im Video. Okay. Ah, das wird so knifflig. Marcel, bist du für gespitzende Maschine? Ja! Ja, ich hab nichts gesagt. Mit Geschehen. Blumen! Ha! Ja! Achtung! Marcel! Marcel, bist du nicht! Okay, er hat's verkackt, aber da fällt die nicht auf. Damit hat Marcel verkackt, weil alle anderen Spieler schon da sind. Ah, na, jetzt schon. Aber trotzdem, Alter! Ja, es ist so viel Neues jetzt dazu gekommen. Es ist so schwer jetzt zu gewinnen. Vor allem bei diesem Game jetzt. Weil es so viel aufhielt am Ende. Weil mir random dieser eine Ball war. Er macht einfach mitten in der Luftentdrehung. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschau, Leute! Bis zum nächsten Mal.